Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Studium. 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 Nummer 5. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie bindest du Praxiserfahrungen in dein Studium ein? Wie bindest du Praxiserfahrungen in dein Studium ein? Welche Fächer außerhalb des Hauptstudiums bereichern deine Ausbildung? Welche Fächer außerhalb des Hauptstudiums bereichern deine Ausbildung? Wie wichtig sind dir interdisziplinäre Ansätze im Studium? Wie wichtig sind dir interdisziplinäre Ansätze im Studium? Wie wirkt sich die Globalisierung auf dein Studium aus? Wie wirkt sich die Globalisierung auf dein Studium aus? Wie wirkt sich die Globalisierung auf dein Studium aus? Welche Rolle spielen Softskills in deinem Studium? Welche Rolle spielen Softskills in deinem Studium? Wie gestaltest du deine Lernumgebung während des Studiums? Wie gestaltest du deine Lernumgebung während des Studiums? Wie gestaltest du deine Lernumgebung während des Studiums? Wie hat sich die Pandemie auf dein Studium ausgewirkt? Wie hat sich die Pandemie auf dein Studium ausgewirkt? Wie hat sich die Pandemie auf dein Studium ausgewirkt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like.